Ich habe einen Mann, ich habe eine Tochter, ich arbeite als Neurowissenschaftlerin. Meine Haare sind nicht gefärbt und die Nadel am Oberschenkel habe ich, weil ich als Kind mit einem Makariumbecken in den Händen hingefallen bin. Die Spülmaschine ist kaputt. Ist da noch Garantie drauf? Agnes, wir haben diese Maschine seit über zehn Jahren. Ich habe von einer Freundin den Schlüssel für eine Wohnung angenommen, der im Bewohner irgendwie, keine Ahnung, wechselt. Man muss nur Blumen gießen. Nein. Doch und einmal die Woche dem Vogelfutter geben. Nein. Das ist hier gleich in der Nähe. Nachricht 510. Ich kann nicht schlafen. Ich denke Tag und Nacht an dich. Ich vermisse dich. Ich liebe dich sehr, Theresa. Die Wohnung, warum steht hier eigentlich leer? Wer wohnt denn da? Ich habe einen Mann, ich habe eine Tochter, ich arbeite als Neurowissenschaftlerin. Meine Haare sind nicht gefärbt und die Nadel am Oberschenkel habe ich, weil ich als Kind mit einem Makariumbecken in den Händen hingefallen bin. Und es gibt es nicht mehr, falls du es noch nicht gemerkt hast. Du gehst hier ein und aus, wie es dir passt. Du isst, schläfst, scheißt, schmeißt deine Sachen in die dreckige Wäsche. Du ärst, schläfst, schläfst. Ich bin rhickst, schläfst. Du bist, schläfst. Du bist, schläfst, schläfst. Vielen Dank.